Hallo und damit ganz herzlich Willkommen aus Florida oder Mexiko. Oh, ne, lasst euch da nicht täuschen, noch sind wir in Deutschland, leider. Ja, aber für all die, die zu Hause geblieben sind, wo keinen Weihnachtsurlaub haben, habe ich was ganz was Feines und das könnt ihr auch hier im kalten Deutschland mal testen. Chill, Sander, Sun, Man. Das ist ein Parfüm, da könnt ihr euch fühlen, wie an der Costa del Sol, irgendwo am Strand in Mexiko. Chill, Sander, Sun, Man. Leute, das ist ein Parfüm, das riecht, das riecht tausendprozentig nach Strand, Sonne, die Bergamotte, Kalone, das Cremige. Also da könnt ihr euch fühlen, wie in Mexiko. Mit einem kühlen Corona dazu, da gibt es nichts Besseres. Aber Leute, ich werde mich jetzt auch mal, werden mir auch mal was einschenken, aber kein Corona. Und das passt ja vielleicht auch ganz gut zusammen, ne. Und Ian, ein schönes Kilkenny. Und wer sagt hier, Parfüm und Bier passt nicht zusammen. Das passt ja hervorragend, ganz hervorragend. Also, für all diejenigen, die jetzt am Strand liegen wollen, es aber nicht können oder, ja, aus sonstigen Gründen hier geblieben sind, den kann ich den Chill, Sander, Sun, Man empfehlen. Und das ist Strandfeeling pur. Strandfeeling pur. Es gibt, ähm, es gibt noch ein anderes, das habe ich jetzt aber, oder beziehungsweise stelle ich euch ein anderes mal vor. Passt aber wirklich jetzt eigentlich hauptsächlich in Sommer, Frühling oder Frühling, Sommer. Äh, das, ähm, gibt von Zara, gibt es einen ähnlichen Duft, aber der vermittelt nicht so das Strandfeeling wie der Chill, Sander. Also, ich sag jetzt mal Prost, Cheers, Aloha und Salud. Wir sehen uns entweder morgen oder nächste Woche. Ciao Leute.